Wie geht's? Hey, Schatz! Wie geht's? Alles gut bei dir? Auch gut, setz dich! Wo warst du die ganze Zeit? Ha, du weißt doch! Frauen brauchen immer ein bisschen länger, ne? Was für Frauen länger? Seit 30 Minuten hast du dein Bart rassiert, oder was? Hammerhart, ey, ohne Scheiß! Ne, Spaß beiseite, ich wollte mich bei dir bedanken! Das, was du für mich getan hast, ich schwöre, das hat mein bester Freund nicht für mich getan! Ich weiß, das ist unendlich krass zu schätzen! Egal wann, egal wo, egal welche Uhrzeit du was von mir brauchst! Du rufst mich an und ich stehe da, wie ein Soldat! Wirklich, das ist unfassbar, was du für mich getan hast! Danke! Du bist echt ein Kumpel! Du bist mir auch richtig ans Herz gewachsen! Ich weiß, das ist echt krass zu schätzen! Kein Problem! Freunde macht man sowas! Ey, ich mach das wieder gut! Hast du Bock am Eis essen zu gehen? Ich geb Eis aus! Boah, Eis hat gar keinen Bock! Oh, Eis mag hier! Da bist du mit Pizza! Pizza! Nein, Pizza auch nicht! Ich hab gar keinen Hunger! Du solltest vielleicht echt keine Pizza essen, ne? Ein bisschen sparen! Das spare ich auch noch 5 Euro! Aber wenn du willst, können wir gleich Kino oder bist du rumlaufen? Ja, bist du rumlaufen! Ja, ein bisschen Sonne liegen ist oder was! Warum nicht, ne? Ich mein, wir sind jung! Die Nacht ist jung! Ey, sag mal! Was denn? Wer ist eigentlich diese Mandy Wutsche? Genau! Mandy Wutsche, kennst du dich? Nein! Unter jedem deiner Bilder! Immer Herzchen, Küsschen und alles! Oh, das ist doch normal! Das ist von Musik! Ah, das ist normal! Die mögen die Musik! Die mögen das! Und deswegen machen wir solche Kommentare! Aber unter jedem einzelnen Menschen! Normal! Natürlich! Als du mich willst, willst du mich verarschen gerade? Was ist mit dir los? Willst du mich verarschen? Nein! Was, als ob ich dumm wäre? Äh... Das, wie du aussiehst, dann... Mandy Gucci Mucci! Besser als Mandy Primark, oder nicht? Ich... Wirklich, Mann! Das sind Leute, die die Musik mögen! Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Du bist ein kleiner Wichser! Was ist denn mit dir los? Ich schwöre, du kannst dich verpissen, Alter! Hör ab, Mann! Was laberst du für eine Scheiße? Ey, die ist doch krank im Kopf, Alter! Verschwinde! Das will ich nie wieder sehen in meinem Leben! Hammerhart! Was ist denn mit der nicht in Ordnung, Alter? Hör3